Im Register Text formatieren stellt Ihnen Outlook drei Nachrichtenformate zur Auswahl. HTML bietet alle Formatierungsmöglichkeiten, z.B. Schriftarten, Schriftfarben, Designs oder Hintergrundfarben. Nur Text bietet genau das, nur Text. Formate sind nicht möglich, dafür benötigt die Nachricht aber auch weniger Speicherplatz. Rich Text bietet zwar fast die gleichen Gestaltungsmöglichkeiten wie HTML, verträgt sich aber unter bestimmten Umständen mit anderen Mail-Programmen nicht besonders gut. Vermeiden Sie dieses Format nach Möglichkeit. Es gibt keine hundertprozentige Gewissheit, dass der Empfänger eine Nachricht genau so sieht, wie Sie diese formatiert haben. Verwenden Sie also nicht zu viel Zeit darauf, eine Nachricht schön zu gestalten und packen Sie vor allem keine wichtigen Informationen in die Formatierungen Ihrer Nachricht, z.B. rote oder fette Schrift für Wichtiges. Outlook verwendet aus Sicherheitsgründen keinen Browser zum Darstellen von HTML-Nachrichten. So kann es passieren, dass aufwendig formatierte Nachrichten nicht richtig dargestellt werden. Hier öffnen Sie die Nachricht in Ihrem Browser. Beachten Sie aber den Warnhinweis. Er, ich will nicht ganz aufwendig Vielen Dank.